WAAAH! 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 Morgen Jungs! Das ist wieder weggekriegt. Da hat man jetzt noch mal die Enzyklopädie auf Deceas gesehen. Das ist mein In-Game Lieblings-SCP. In-Game? Ja. Ferd. Ferd. So ein Pferd macht Kita. Und er macht das Intro weg. Disable. Start, Junge. Und dieser Typ, den man da manchmal sieht, wenn dann diese Schrift so verbuggt ist, das ist übrigens The Green Man nennt er sich. Ist auch ein SCP, der irgendwie in unseren Träumen erscheint. Krass. Wenn man einen bestimmten Map-Seat eingibt, dann kommt dieser Loading-Screen mit dem, und dann spricht auch irgendwas. Von wegen, dass es unser letzter Traum ist. Hättest du das vorher sagen können, dann hätten wir den Map-Seat eingegeben. Ich weiß den Map-Seat nicht. Goggeln. Goggeln. Okay, das sind... Haben wir übersprungen. Skip. Er kommt, er kommt, er kommt. Pass auf, der verfügt über die Abilität, Türen zu öffnen. Und du? Rechts. Mal rechts. Jetzt gehen wir die ganze Zeit geradeaus. Weil irgendwann kommt der dunkle Bereich. Oder du stirbst. Was ich natürlich hoffe. Schau. Jetzt kommt der sich direkt von oben. Fuck. Ja, ich bin ein Stück Schlaas. Ja, ich bin ein Stück Schlaas. Ja, ich bin ein Stück Schlaas. Ah! Perfekt! Ja, Keycut! Manchmal liegt doch ganz am Anfang bei diesen Regalen eine Level 1 Keycut. Übrigens, ne? Was ist jetzt ein Navigator? Keine Ahnung, ich habe das wiegen gesehen, Mann. Ja, jetzt ist es da. Gut zu sehen. Da komme ich nicht her, oder? Ich habe keine Ahnung. Da kommst du nicht her. Ja! Gut gemacht! Ich wollte das Spiel überlisten. Wolltest du die Tür zumachen während du dünn stehst. Und gucken, welche Seite sie drückt. Und da kommst du dann. Weißt du, da ist doch noch einmal drin. Ich glaube nicht. Das ist schon schön. Mach das gleich. Warte, wir sind am Anfang rechts. Wir sind nicht mehr geradeaus gegangen. Rechts, dann gehen wir geradeaus und dann jetzt wieder links. Das heißt... Wieso, was da jetzt schon? Wenn du jetzt links gehst? Ne, dann gehen wir einfach geradeaus immer wieder. Oh, da vorne ist er. Lass mal hoffen, dass ich... was da ist. Okay. Der bringt dich um. Da sind er wir. Warte mal. Was ist das? Der ist da irgendwo. Oh mein Gott. Der ist hinter dir. Da. Da ist er. Das ist in dem Raum. Das müssen wir mal raus machen. Mach die Tür zu. Ne. Der ist da drin. Wo ist der für f***te Scheiße? Bei dem Vieh ist der doch nicht rum. Das ist verpackst irgendwie. Das geht nicht. Aber da taucht er jetzt auf. Ja. Ne? Gut, glaube ich. Der Safe kommt nicht mehr in den Bereich, ne? Scheiße. WAAAH! Was ist das? Wo ist der Türknopf? Wo ist der Türknopf? Hahaha. Du, du, du. Das ist geil. Nein! Hahaha. No! Der kam nicht. Der Türknopf. Der kam nicht. Du hast gepanickt. Deswegen kam der nicht. Du hättest Ruhe bewahren müssen. Wie ich. Tu ne. Nochmal. Ich hab mich zurückgelehnt und genossen. Hahaha. Du hast dir in die Hosen geschissen. Der stand direkt vor mir, Junge. Ja. Mach nochmal. Fred. Ich hab mal 6 Minuten. Ich will das jetzt heute schaffen. Ich will Gate Bay erreichen. Wir haben noch nie Gate Bay erreicht, Junge. Was du willst. Und was du schaffst. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich sagte ja, ich schaff's jetzt. Weißt du Bescheid? Aber das war echt unfair. Der kam da einfach von der Decke runter. Habts gesehen? Häh? Ich hab's gesehen. Der hat sich ordentlich geportet. Ups. Was ist denn das? Ah ja. Kann ja die Aufnahme unterbrochen. Geht anscheinend mit den Tasten her. Aber jetzt läuft's ja wieder. Hm. Jetzt ist das Fall Corrupt irgendwie wieder. Oh scheinbar nicht. Der ist da gar nicht mehr drin. Natürlich. Das kann ich für als erster Angst sagen. Was ist denn das jetzt? Ja was war das jetzt? Das zeig ich dir in der Aufnahme nochmal. Einfach gestorben. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Ich bin einfach gestorben, Junge. Einfach so. Verknack. HAH! Das spiel ich verpackt, Junge. Das ist glücklich, oder? Mach jetzt. Mach jetzt gescheit. Ja. Du wüsst'n Winz voll nicht. Hahahaha.